Hallo zusammen, erneute Runde Raft. Diesmal Raft together mit der Fiene und wow! Und ich fall vom Floß. Sehr gut. Da ist ein Hai übrigens, ne? Ja, ja, da ist ein Hai. Oh nein, ich hab was fallen lassen. Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Mit von der Partie ist heute der Kurt hier als, wie heißen wir jetzt hier eigentlich? Lonely Rider, Nasra ist mit dabei und der Daniel. Hi! Lonely Rider, ich muss das erst mal selbst gucken. Also Lonely Rider ist Kurt. Nur, dass er euch nicht... Oh, ich hab irgendwas denn nochmal? Ja, du musst jetzt mit dem Enterhaken einholen. Also wir sammeln jetzt wie bescheuert mit fünf Mann hier den ganzen Kram und dann gib ihm. Genau. Ey, das ist schon krass, ne? Also wir haben schon ein Feld angebaut. Daniel hat ein bisschen Platz geschaffen, damit wir hier ein bisschen... Damit wir stehen können. Ja. Oh nein. Ich bin dafür da, um Friede die Fässer wegzuklauen, ne? Ja, ich auch. Cool. Wie geht das denn hier? Wieso kann ich... Ich hab das schon wieder vergessen. Auf was... Wie werfe ich das? Mit linker Maustast gedrückt halt. Ja. Wirf der nix. Dann hast du nix. Ja. Einmal den Schlot decken. Machen wir mal auf den Haken drauf. Ah, ich hab es. Jetzt hab ich's. Ich hab den. Ich hab irgendwie die. Äh. Auch ein Fehler gerade gehabt. Das hat auch nicht... Keiner. Keiner. So. Es ist so voll hier. Man hat so wenig Platz. Schön kuschelig, ne? Ja, ich hab's. Eins von meins. Den Whisky. Den Whisky. Den Whisky. Klaut ihr euch jetzt die Fässer? Ja. Und er geht einfach schwimmen. Ja, ja. Bin auch. Die drei Lieblingsworte eines Heils. Mann über Bord. Warum verfolgt er uns eigentlich? Ist das immer so? Aua, 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 aua. Alles meins. Oh. Planck und Seil. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen ins Spiel, ey. Ja. Ich angel hier nur... Guck mal, hier ist ja schon Platz. Ihr seid ja schon fleißig. Wer hast denn denn jetzt? Ja. Ich hab ihn gekriegt. Oh nein. Jetzt steckt mein Haken hier drinnen. Als wenn jetzt ein Mann wär's, dann würde ich das komisch anhören. Der steckt... Toll, der steckt fest. Hört sich auch so komisch an. Ja. Ja, toll. Der funktioniert aber nicht mehr. Ich mein X, das ist ja schlimm. Baut hier eigentlich einer mal, oder? Ja, ja. Haben wir ja schon. Wir haben ja schon ein paar hier, sehe ich gerade. Ah, eine Insel. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Da kommt man aber nicht hin. Wie braucht man denn nochmal? Äh... Oh. Oh. Wie haue ich den? Brauche ich gar nicht. Ohne Sperr geht gar nicht. Ach so, ich geh weg. Da brauchst du erstmal einen Sperr, genau so. Mit dem Haken kannst du ein halbes Jahr drauf rumkloppen. Ich konnte gar nicht drauf rumkloppen. Ich wollte auch gar mit dem Haken zocken. Ah. Na, Klingerbrett auch noch. Na, na. Ja. Das gehe ich auch noch. So. Eins. Alles. Alles meins. Muss ich die Bretter nehmen? Und wie baue ich denn? Ihr müsst mir das mal sagen. Ich vergesse solche Sachen. Genau. Wenn man einen Bauhammer hat. Ich habe keinen Bauhammer. Den musst du ja bauen. Ja. Darum heißt er ja so. Bauhammer. Aber nicht zu viel. Ohnein. Jetzt habe ich das ganze Holz weg geschmissen. Ohnein. Jetzt habe ich das ganze Holz weg geschmissen. Ohnein. Habe ich nicht mehr. Zu wenig loot für uns alle. Ja. Na. Nur Wasser. Kuh. Einfach neben ziehen. Kuh geht das auch. Okay. Jetzt kann ich mir einen Bauhammer bauen. Oh, Eier. Ah. Ja. Ich versuche mir überhaupt erstmal irgendwas zu bauen. Irgendwas wollen wir nicht. Wir wollen Foundation. Wir wollen Seil. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist doch dieser Wasser-Dings da, ne? Wasser-Dings da? Die ist Wasser-Dings. Ja, habe ich schon gebaut, ja. Braucht ihr denn noch einen Becher, ne? Ja. Durch Angst. Wie könnte das alles? Das ist nicht normal, ne? Gemeinsam klapperter. Was ich gerade für den Feier angemacht habe. Das ist schon riesig. Da war der Hai. Okay. Oh, schön. Also, ich habe echt Schwein gehabt bis jetzt. So, für was haben wir schon was? Das ist sehr gut. Wie kriege ich ein Seil? Ach, warte. Zwei Pfeileglätter? Ja. Ja, ich gucke gerade. Hier war irgendwas. Ich drücke hier mal rum. Seil. Herstellen. Hm, ich habe für vier Fester. Da kommt das Fünfte. Ich brauche noch eine Tasse, ne? Da hat schon einer eine gecraftet. Nee, nee. Der braucht eine eigene. Oh, du Dieb. Geh weg, das ist mein Trinken. Ich bin am unproduktivsten, oder? So, ich hätte jetzt ein Tässchen. Also, zur Notfalle würde ich das rumreißen. Du kriegst hier sowieso nichts. Mach dir keine Hoffnung für ihn. Ich bin am Krabbeltisch hier, du. Ich möchte doch nur wenigstens einen Hammer haben. Ich möchte nur spielen. Ich habe noch einen Reiniger gebaut. Jetzt habe ich auch einen Hammer. Jetzt kann ich wenigstens so tun, wenn ich das mache. Geh weg. Weg. Oh, hier sind zwei Haie. Was? Nee, geht nicht. Was, wir haben zwei Haie? Was? Da war doch gerade... Hier ist einer an Schütz. Du hast gekannt, oder? Hier ist einer an Schütz. Oh, hier sind zwei Haie. Und da hinten war auch noch einer. Du hast getrunken. Gibst du. Cola, ja? Na? Oh, Kackennennung. Aua! Hatten wir nicht schon beschlossen, dass es nicht Cola ist? Da hat mich einer in den großen Zeh gebissen. Wann haben wir denn beschlossen, dass es nicht Cola ist? Oh, hier heizt. Ja, das war beim letzten Mal. Das war beim Stream, ja klar. Ach so. Beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass es keine Cola ist. Genau, sein Erfrischungsgetrain. Ein koffektinhaltiges Erfrischungsgetrain. Das war alles Zernung. Das hast du auch wieder vergessen. Ja, ja. Das ist nicht gerade geaufwürdig, dass ich da nur Cola trinke. Leere Tasse. Hey, ich kann sie sogar bauen. Ja schön. Ach. Ich meine, in der Tat ist leer, das werde ich gleich mal ändern. Wir müssen doch mal Kisten bauen. Oh nein, warum schmeiß ich das immer? Wirklich, ich meine lieb. Hey, ich habe eine Kartoffel. Er hat mir jetzt den weggenommen. Ich? Dankeschön. Lass uns liegen lassen. Das ist alles für die Raben hier. Meine Züge. Geh weg. Was? Aua. Die habe ich mir hier raufgelegt. Warte Gott, das sind Chaos-Enden. Jo. Mach denn was? Sollten wir uns vielleicht absprechen? Ich mach gar nicht. Aua. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Irgendeiner muss ja die Verantwortung tragen, ne? Ja. Das Teamwork toll, ein anderer macht's. Wie war das? Ja. Oh nein, schon wieder. Oh. Oh Gott. Ich agel mir. Laune. Apropos angeln. Siehst du, das sollten wir auch mal machen. Wir brauchen nämlich Fisch. Fisch. Jo. Ja. Und am besten Fischköder, was wir an der Insel anlegen. Ja. Und einen Anker brauchen wir auch. Da können wir dann mit den Hai ... Segel. Ja. Segel, Anker. Oh Gott, wir brauchen sie. Wir brauchen alles. Können wir mal einen Anker? Können wir Leute einstehen, bitte? Für die Arbeitskräfte? Jo. Eine Angelute. Das ist die Schwester von der Angel. Äh, genau. Seil. Ist dick. Na, wo war's denn jetzt? Alles. Nur geklaut. So, ich hätte auch eine Angel. Die Angelute. Ne, kann ich nicht. Mir fehlen zwei Seile. Zwei Seile, oder? Habe ich noch? Die Angelute. Mir fehlen zwei Seile. Zwei Seile. Kann ein Seil machen. Aber es reicht ja, wenn zwei Leute angeln, oder? Ja. Boah. Aber die Angelute gehen auch schnell kaputt, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, deswegen baue ich ja keine Leute, ja die anderen hat machen. Genau. Dass denen die Arbeitszeile ... Verwendung ... Ach, die wird's ja auch dunkel. Ach, die wird's ja auch dunkel. Das ist ja wieder ein Ding. Jo. Eine Tasse muss ich mir machen, habt ihr gesagt, ne? Ich wollte ja sagen, wir pflanzen hier Bäumchen, aber das ... Das ist ein Ding. Okay. So. Nicht trennen. Ich hab auch eine Tasse. Alle sind dreißigmal weiter, ich mach mir ne Tasse. Alles gut. Christine und Mo, habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Hab ich das schon mal zugeguckt. Ja, haben wir das bald zugeguckt. Ich glaub, du hast aber nicht zugeguckt. Ich glaub, du hast aber nicht zugeguckt. Nee, ich war, glaub ich, nicht da. Mit Süßwasser füllen, na toll. Mit Süßwasser füllen. Aber ich bin da nicht so gut drin, ne? Mit Süßwasser füllen. Er hat neben mir andauernd die Fässer geklaut. Ach so, ja, jetzt kann ich das ... Nicht, Idiot. So, warte mal. Ja, und ich glaube, dass du es gut kannst, sonst ist ja dabei unterhalten. Na super, dann war's doch wieder ausgeguckt. Ich trinke ich denn. Ja, zur Unterhaltung trage ich bei. Bei wenigstens etwas. Lmb trinken, also Flüssigkeit. Danke. Ich hab ne gegrahte Rübe aufgenommen. Hab ich eben dann gemobzt. Wie trink ich denn? So, jetzt aber trinken. Prost. Ich angle was. Der Heil kommt. Hat einer Sperr? Oh, perfekt. Wieso brennt der Gesicht? Nimm er schön in sein Gesicht. Kann ich hier von euren Dingern auch trinken? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich muss ja erst was machen. Ich muss aber immer wieder neu einfüllen, denn ... Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Aber kein Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, ne? Ist auch kein Red Bull. Das ist russisches Kraftwerke. So, du, wie war das russisches Kraftwerke? Blanke platzieren. Ja, das darf ich machen, ne? Das ist russisches Kraftwerke. So, du, wie war das russisches Kraftwerke? Ja, ich habe eine tolle Tasse und ... Angenehm. Haben wir geangelt, als wir das gespielt haben? Also ich muss auch essen haben. Ja, 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 ich muss auch essen haben. Mein Gott, hier ist nur am Saufen. Toll, wieder ausgekippt, aber auch. Ich bin ein Trottel. Hier ist auch noch ein Fischchen. Will einer Fisch haben? Ja, ich habe Hunger. Mich bräuchte auch irgendwann hier zu machen. Ja, dann nimm runter. Oh nein, jetzt habe ich das ausgekippt. Habe ich auch schon zweimal. Mach nix. Oh shit, ich habe große Fisch. Warte mal. Wie eine Fische, weil sie das Trinken da wegkippt? Ja, ja. Ja. Habe ich jetzt. Oh nein. Wird jetzt schon nötiger mit dem Trinken? Na, komm so. Essen und Trinken. So, Mensch. Ich trink nicht schon gleich. Hört ja stattartig ein Stress aus. Blanke platzieren, Wasser füllen. Oh nein. Wir sind so viele. Ach, ich habe den Fischchen gar nicht gegessen. Da ist er ja. Wieder den Fischchen an zwei Fingern. I. I Fisch. Und dann mit Grät, mit allem drum drum. Rein damit. Oh nein, mach es schon wieder. Mit was trinke ich denn? Linke Maustaste. Mit der linken Maustaste. Nicht mit der rechten. Nicht mit E. Also auch, du kannst noch so viel Süßwasser da reinkippen. Das mehr kriegst du nicht süß. Wir brauchen mal mehr Feuerstellen hier zum kochen, glaube ich. Wir haben das erste Süßwasser mehr, dank Ihnen. Aber wir haben es geschafft. Scheiße. Oh, oh, oh. Wir brauchen mal hier mehr Feuerstellen. Ja, wir müssen aber noch laufen können. Wie schmeckt denn sowas? Wir müssen uns ja essen. Wie schmeckt denn sowas? Die eingeschlafener Fuß. Ich habe einen Fisch auch gemacht bei mir. Dann leg mal da drauf. Warte, ich hätte auch noch ein Fischchen. Oh, ich brauche noch zu essen langsam. Die Rübe bringt auch nicht viel. Warte mal, ich guck mal, kann ich Fleisch noch? Warte mal, Sammelnätze. Warte mal, Sammelnätze. Wollen wir ein bisschen Sammelnätze machen? Ja, ich möchte auch die Sammelnätze. Warte mal, Sammelnätze. Wir müssen ja viel entspannter mit Sammelnätzen. Ja. Ja, die haben wir ja auch noch. Ja, die haben wir ja auch noch. Nee, erstmal eine Werkbank, damit wir die erforschen können, ne? Jupp. Ich baue nochmal einen Grill hier hin, ja? Was habe ich denn hier? Empfänger. Nötig zum Auffinden von Funksignalen. Aha. Ich habe irgendeine Blaupause. Die kriege ich jetzt weg, Mensch. Oh, oh, oh. Ich muss was essen. Nix. Bist du den F-Test bekommen? Nix mehr da. Alles ist beschäftigt. Die Fässer schwimmen vorbei. Oh, da ist dein Fass. Nein! Wer war da? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Ja, die Erfolgserlebnisse und die werden eher geraubt. Es ging die ganze Zeit immer nur so, wenn wir das spielen. Ich habe es am Ende nicht mehr spielen wollen, weil mir irgendwer andauernd die Fässer wecknimmt. Das ist doch gar nicht wahr. Irgendwer, wenn ihr zu zweit spielt, ist das irgendwer. Ja. Genau. Aus, also bitte. Jetzt reichen Sie sich, der daneben gehört nicht zu mir oder so, ne? Ja, genau. Wer bist du überhaupt? Irgendwer. Ja. Der Hai kommt. Ja. Aua. Aber ein Hai. Wieder einen großen Zähgebissen. Also hat einer Pflaster. Geht das sei noch mal. Sind wir alle Dinger voll? Sieht so aus. Ja. Alle Wasser. Das ist gut. Erlangen zu trinken. Mein Erfolg ist nicht. Ich war bisher. Ich habe eine Tasse. Drei Fässer kommen dahinten. Los besteht nur aus Fressen und Trinken. Ja. Hier wirklich. Ah. Der ist ein Grauschwein, was da im Wasser ist. Hä? Grauschwein im Wasser da. Ja. So. Pass mal auf. Ach Quatsch. Pass mal auf. Pass mal auf. Ähm. Gucke mal. Einfaches Bett braucht man gar nicht, ne? Ja. Der. Ich habe es. Ja. Ich habe es. Fieger auch. Oh nein. Mein Ding ist kaputt. Was? Was? Das andere Ding. So. So. Guck mal. Ich habe ein neues. Ich habe mal zwei Kissen da hingestellt. Da können wir mal... Okay. Oh, die... So passt doch nicht hier rein. Wie troll ich. Die Blaupausen, die mussten wir auch an dieser Bergbank reinpacken, ne? Oder wie war das? Ja. Ja, da habe ich auch zwei Stück von, ja. Ja. Ich hätte Antenne und Empfänger. Was habe ich denn hier? Empfänger habe ich auch. Und Antenne. Auch eine Blaupause. Die gab es im Angebot. Wie die Klamotten. Haben sie alle. Ist da irgendwo was zu essen? Äh. Guck doch mal auf den Grill. Ist nichts mehr? Darf ich mir da was vornehmen? Ja. Ich bin der Meinschaftsbril. Wir haben ja nicht alle eine Angel. Also... Zwei Leute angeln oder was, ne? So. Ich lege ja schon die ganze Zeit nach. Ich versuche eine Angel zu machen, aber... Mir fehlt alles dafür. Das ist nicht wie bei Scum, ne? Die Gefängnistasche hast du nicht dabei. Ich habe auch eine Blaupause für einen Empfänger. Falls noch einer was essen muss, ist das noch ein Fisch, ne? Hätte jetzt Schokoriegel gesagt werden. Wir leben gesund. Ja, ja. Wir essen Fisch. Hat einer einen Sperr? Der Hai. Ne, hat noch keiner einen Sperr, oder? Du hast Teppich. Oh! Keinen Sperr. Und weg war. Ja, Sperr müssen wir auch mal machen. Brauchen wir noch Grill oder irgendwie sowas? Da kommen wir mit drei jeweils aus. Ja, wir machen so schnell wie möglich die größten Dinger, ne? Wieder? Ja. Das wäre nicht verkehrt. Brauchen wir halt nur diese... Ach, ist ja schon. Brauchen wir Sand, ne? Oder? Ja, ja. Wir müssen erstmal ein Segel bauen, damit wir mal ans Ufer schwimmen können. Wenn man besser sagt, an die Dinger, an die Dinger fällt. Aua, 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 aua. Und ein Anker wäre ganz cool, ne? So, Segel baue ich jetzt gleich. Segel, okay. Ja. Segel habe ich. Sehr gut. Haben wir Platz zum Anbau? Ja, hier ist aber gefährlich, wenn der Hai kommt, weißt du? Da müssen wir noch drei Foundations bauen oder so. Ja, klar. Zwei, drei, vier, fünf, ja genau. Ich futtern dort die rohen Fische. Empfänger haben wir schon, ne? Ja. Empfänger und Antennen haben wir jeweils zweimal. Alles klar, also weg damit. Alles über das Vagor. Hier haben wir noch ein Glas drin hier. Sein. Erforscht. Wie immer zu spät. You entforscht. Wie immer zu spät. Erforscht. Oh. Wo seht ihr das immer? Erforscht. Erforscht. Steht doch oben rechts, wo steht das? Dann der Vor... Dann mache ich jetzt den Becher. Ach, schade. Ich dachte, jetzt kriegt man eine große Tasse. War nichts. Huch! Ich bin ins Wasser gefallen, sehe ich gerade. Wo ist denn hier das Floß? Da hinten. Ach, ey. Wann bin ich denn hier ins Wasser gefallen? Nein, wir schwimmen. Ich heben die Strömung. Dankeschön. Okay. Au. Ich bin da, wo es wer tut. Ah, Seile, Seile, Seile. Weile, Weile, Gämpfchen. Weile, Weile. So braucht man eigentlich auch... In der Trudern und Art. Auch wenn man auch... Einer stirbt oder so. Ja, ne? Ja, ne? Ja, wenn nicht. Das könnte mir passieren. Ja, ne? Das könnte mir auch passieren. Das könnte mir auch passieren. Ich bin hier Cola trinken. Das ist unfair. Er hat das böse Wort gesagt, meinst du? Cola. Kommt, wenn ihr da rumschmuckt. Ja, ich bin die Paranáres. Ja, ich bin die Paranáres. Ja, ich bin die Paranáres. So, ich hätte... Ich könnte ein Bett bauen. Soll ich bauen? War doch eigentlich. Ja, ja, bauen wir mal ein Bett. Hab ich. Und da bauen wir dann, äh... Joa... Na? Die Platte ist in der kleinsten Hütte. Aber ne Hütte haben wir ja noch gar nicht. Noch nicht. Huch. Toll. Die Platte ist gut. ... Ein Video.